Hey ho Leute, da sind wir wieder bei einem weiteren Part von Terraria. Kurze Pause, das war ein Witz vom Headbreaker. Er hat sich nur schnell ein Scheißhaus in Terraria bauen wollen. Wo ist er? Sucht ihn. Er ist nicht hinter mir. Nein, das ist nicht hier irgendwie dieser komische Mod, wo man sich unsichtbar machen kann. Wo ist er denn? Hm, ich glaube ich winde ihn nicht. Hm. Ah ja, so, das reicht's. Ich hab gedacht, ja und Leute, er hat wirklich da den Hasen vorhin ausgeschissen. Ja, Entschuldigung. Jetzt hat er auch den Kopf von ihm... Hä? Wie zum Henker, hat der Hase Suizid begangen? Ah nein, da ist ein Slime. Suizid Bunny is alive! Hey, rede nicht so, ich hab Haar, ich hab auch Hasen. Ja, Pech, du bringst die auch alle um. Ich ess sie immer gerne. Ich ess sie immer gerne, du scheißt sie aus und dann isst du sie nochmal, oder? Äh, nicht so. Ich such sie irgendwo im Wald und... What the hell? Und dann ess ich sie. Komm schon, kleine Häschen, komm mit zu mir her. Ihr seid gleich kleine Häschen, wer? Ihr seid gleich lecker braten. Magst du das Clay abbauen? Weil wir brauchen auch noch Clay. Okay. Du machst das rechts, ich mach das links. Voll fies. Wieso? Wir suchen nachher ein paar Materialien, unser Silber. Gut, dann machen wir es fair. Okay. Passt. Nailed it. Ja, logisch. Klau mir nicht mein Holz. Doch. Okay, dann krass, deine. Kommst du? One Head. Ja. One Shot. Oh, hier ist schon wieder Clay, das sollte der Master nicht einsammeln. Das sollte der Master auch nicht einsammeln. Nein, da kannst du weglassen. Weil hier gibt es genügend und wir müssen erstmal Silber sammeln. Für unsere neue tolle Rüstung. Okay. So. Hey, hier ist eine Statue. Stimmt, die konnten wir damals nicht mehr mitnehmen. X statue. Statue. Oh, die Flaschensammler sind wieder unterwegs. Wo sind die Flaschensammler? Ja, bei dir. Ah ja. Ich habe ja hier die Kopfhörer nicht auf extrem laut. Dass ich noch Hintergrundgeräusche höre, Beispiel wie die Flaschensammler. Oh, ich habe Iron gefunden wahrscheinlich. Toll, Iron, wer braucht das schon? Ähm, findest du mich? Ach, du bist über mir. What the fuck? Ich wäre fast ganz rot. Äh, ja, willst du mal ins grüne Team kommen? Ach, da bist du. Was hast du gesagt? Oh, da ist ein Mininghelm, das brauchen wir nicht. Who cares? Ah, hahaha. Was ist? Ich weiß nicht, ob das Iron... Äh, kack auf Iron. Da, 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 da. Da, 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 da. Du, 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 du. Ähm, was ist da... Warte, da kommt jemand. Da, da kommt jemand. Meinst du den Slime? Du bist gleich tot. Ernsthaft? Ich kann dich nicht beschützen, wenn mich ein Slim angreift. Alter, bitte nicht Ich sperre dich jetzt schnell ein, Alter Boah, Hilfe Entschuldige, mein Vater kam gerade vorbei Kein Problem, tu mal das ganze Erdezeug wieder Da kam ein Motherslime, ich musste dich beschützen Ja, ich hab's gesehen noch Ich wollte eigentlich klicken, aber da war mein Vater Komm jetzt her Ja, das sind nette Eltern Klingt noch ein paar netten Eltern Ah ja, du hast ja keinen Haken Wollte gerade sagen, benutzt den Haken hochzukommen Da, du machst die erste Schicht, ich mach die hinterste Schicht Äh, du machst die hinterste Schicht, ich mach die Seite Ah, da ist ein Loch Der soll schießen, okay, dann warte mal hier Ah Ich hab keine Fackeln mehr Dann fackeln nicht lange Oh, warte, warte Warte, gleich kannst du auch was sehen Ich mach Buff Da, na, tu deine Fackel weg Okay Siehst du, jetzt kannst du ein kleines... Ah, das ist Night Owl Potion, toll Versuch dir deinen Weg wieder nach oben zu bahnen Ich mach wenigstens hier schonmal etwas für dich, mehr Platz Äh, ich muss hier wieder Dreck benutzen Ähm... Eine schlechte Idee Warum? Ich versuch das jetzt gerade runterlaufen zu lassen, aber das geht nicht so gut Bleib mal weg Kunstwerk Jetzt kannst du kommen Und, da gibt's ja... Wer ist das? Das ist Kupfer da hinten Ja, ja, braucht man nicht Da ist Silber F9 drückst, dann siehst du, ist ja alles besser Echt? Ja Ne, ne, das mach ich nicht Das hab ich schonmal gemacht Das ist Kacke Ja, das mach ich nur meistens, wenn ich hier unterwegs bin Ne, ich seh ja so auch schon die Viecher, die Kacke Na, meinte ich hier die Erze Wenn das jetzt Beispiel an unteren ist Weiter unten ist Dann benutze ich das meistens Ich nicht Ich benutze das nicht Okay Fight of the... Was hast du jetzt schon wieder gemacht? Ich hab... Ich hab wohl aus Versehen Alter, jetzt ist bei mir auch dunkler geworden Ich bin voller Massenmörder hier Hast du F9 jetzt gerade gedrückt? Nein What the fuck? Bei mir ist jetzt gerade richtig dunkel geworden Höh, jetzt schon wieder Heller Äh, kommst du nicht her? Hier ist doch ein bisschen Silber Ich gucke gerade Ja Ob hier irgendwas ist Hier ist ja eine Statue Der nimmt die Statue mit Wir brauchen alles Ach, das können wir auch gebrauchen Den Herzcontainer Hier oben ist nichts mehr Doch, doch Da ist noch was Warte Ah, voll Benutzt du das jetzt? Den Herzcontainer? Nein Gut, weil der unten ist selber Schau, dass du noch links fällst Oder so Soll ich schon weiter oben gucken? Klar, kannst du machen Obwohl ich ja den Haken auch hab Aber egal Da oben ist Eisen Ich glaube, das reicht uns sogar Eisen brauchen wir nicht mehr Oh, da ist was Ein Diamant Oder irgendetwas Tupase Und wie viel Gold habe ich dabei? Ach, nur 11 Silber Dann können wir uns sogar ertränken lassen Sterben wir schnell? Let's die together Ach, wir können uns leichter umbringen Indem wir einfach den PvP Und ich gehe in ein anderes Team rein Weil dann behalten wir unser Geld sogar noch Das ist geil Ach, verdammt Du musstest mich umbringen Du stirbst ja schnell Ja Schalt dann mit deinem PvP wieder aus Und geh mal ins Grüne Ja, mach ich gerade Aber es dauert halt ein bisschen Okay, ja So Ich lagere ihm mal das Geld ein Was ich ihm gesandt hab Was hab ich denn alles? Ah, ja, verdammt Ich hätte PvP anlassen sollen Fucking Logic Ich hätte dir das Geld geben sollen Dann dich umbringen Und dann passt es Hättest du nichts verloren Okay, wir haben 10 Goldstückchen Ja, ja Warte Gib mir mal deine Linsen Die du alle hast Hab doch ein Umfahr Ich lagere mal den Müll ein Guck mal, wo der Müll ist Überall Hä, wo sind die Linsen? Hä? Haben wir keine Linsen? Doch, hier In dieser Kiste hier hinten Ach ja, okay Gut, passt Oh, wir haben schon Irgendwie sind 20 26 Sternchen Ja, du bist gerade in der Kiste Deswegen sehe ich nichts Ja, warte Ich ordne eben ein Double mache ich schon mal Die Restung für uns Ja Live Crystal Wo muss er denn hin eigentlich? Okay, komm Backen wir uns hier schnell Ja, warte Ich nehme mir mal hier eben die Pfeile mit Die ich so brauche Warte, vielleicht Okay Von Ich glaube ich werfe die Seeds hier rein Dann nehme ich die Unharly und die Blowpipe Ja, ja auch Das tue ich sowieso irgendwann mal Offscreen alles umsortieren Ja, ich packe ja ja kurz Hab ich noch hier irgendwas, was Ah ja, die Statue, die packe ich einfach mal Woher? Einfach irgendwo reinschmeißen Ich tue das ja hier auch irgendwann mal Umsortieren Ähm Kentucky schreit ficken Okay 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 Ah ja, hier habe ich ja noch diese Mushrooms Äh Grass Seeds Okay Ich muss jetzt einfach weiter rechts gehen Ja genau, noch ein bisschen Okay, gut, passt Mach mal Einfach beide gleichzeitig mal rechts klick Warte Ja, genau Okay, habe ich die jetzt? Nee Naja, gut, dann machen wir weiter Ja, jetzt habe ich zwei Machen wir das jetzt mit der Brust auch Ähm So Ja Und jetzt noch die Hose Nein Ja Okay Alter, so können wir uns unendlich Geld machen Ich kann auch noch ein Gold, Alter, so hier Mit dem Gold tun, ja, das ist auch gut Äh, wo soll ich den Rest der Rüstung hinpacken? Warte, einfach hier in die erste Kiste Zerter, ich muss eben Okay So 13 Defense Wie viel hast du Defense? Äh, ja, auch 13 Okay So Warte mal 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 Irgendwas stimmt hier nicht Warte, die nehme ich schon auf Wir haben hier einen Stern Aber beenden wir mal den Part und die ganze Session dann auch, weil Okay Liebe Sterne Ja, oh mein Gott Mit Hasenköpfen Ja, okay Leute, ich hoffe Euch haben die letzten paar Parts gefallen und äh, gebt ein Like, wenn es euch gefallen hat, ein Favor und falls ihr noch nicht mich und Headbreaker abonniert habt, dann macht das mal und äh, freut euch auf die nächsten paar Folgen und äh, haut rein, euer Babystyle und natürlich Tschüss Natürlich der Tschüss Tschüss, tschüss Ich heiße jetzt offiziell Tschüss, nicht mehr Headbreaker 15, sondern Tschüss So Haut rein Leute Ich weiß nicht mehr Vielen Dank.